Du hast deinen Vater verloren. Was hat Shannon Ihnen über ihre Mutter erzählt? Dass sie bei der Geburt gestorben ist. Was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Hier ist Dr. Pearson. Kannten Sie jemanden namens Jeff Green? Ich habe ihn vor 16 Jahren zuletzt gesehen. Ihr hinterlässt eine Tochter. Ehre. Ihr wurdet beide belobt. Eure Wunden heilen schneller gemeinsam. Mir ist echt nicht klar, wie das gehen soll. Hallo Shannon, ich bin Christine. Eric trainiert Rennpferde. Er hat die wohl wunderschönste Farm. Ich hasse Pferde. Ist das die, von der du gestern gesprochen hast? Ja, das ist sie. Wie heißt sie? Sie hat noch keinen Namen gekriegt, wenn dir eine einfällt. Willst du einen Job haben? Ein paar Tage die Woche. Arbeit mit den Pferden. Brandon, du kannst die Shannon geben. Und? Nimmst du sie? Nein, nimm du sie. Sie hat dich gern. Vielleicht geben wir ihr mal einen Namen, he? Rainbow. Als würde nach einem Gewitter die Sonne rauskommen. So strahlt sie. Was ist Trap-Rennen eigentlich genau? Das ist sowas wie ein Go-Kart-Rennen auf schwerem Geläum. Du kannst es, Rennpferde. Sie hat Bone Chilling geschlagen. Im Sulky saß Christine, 16-jährige Tochter, die noch nie gefahren ist. Ich weiß, du kannst das. Sie will es unbedingt. Mehr als andere, die ich gekannt habe. Max war ein toller Trainer. Der Beste, den ich je kannte. Legenden sind nur schwer, totzukriegen. Ich melde dich zum Pennsylvania Cup an. Helfen Sie mir bei den Vorbereitungen für das Rennen. Hoff mal, dass das Mädchen nicht gegen dich antritt. Er ist der Einzige, der mir nahesteht. Ich liebe dich über alles. Meinst du, du kannst dich mit diesem wertlosen Gaul freikaufen? Hey, komm schon, Rainbow. Ich weiß, du schaffst es, verstanden? Das Pferd geht für dich durchs Feuer. Das Finish ist dramatisch. Wer hat ihn also vor? Juhu! Ich glaube, es wird ein tolles Jahr, Mom.